Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei... Anu1800 So, uh, was ist das? Was war das? Das war was? Äh, hier, Meldungen Verstehe, uns fehlt es an Geld Das liebe, liebe Geld Ja, der Schnür der Marmon An Bürgern geht es soweit noch gut, das ist doch schön zu hören Wer fehlen die Rohstoffe? Leben haben wir nicht genug, Leben Also, ah! Erstmal rumschreien, ja, ja Ähm, vielleicht muss ich ein paar Leuten das Aufsteigen ermöglichen Was wäre von Vorteil? Dass wir wieder in den Blaupausenmodus schalten hier So Hm Okay Warum kommt diese Musik so? Ich weiß nicht, was du meinst Dann, 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 dann Bämmer Es würde etwas passieren, aber ich weiß nicht was Quellen, okay Gut, momentan Bin ich im Plus Nicht viel, aber ich bin im Plus Ich könnte die nächste Stufe aufsteigen lassen, aber Ich sehe eine Quest Dann mache diese Quest Vielleicht sind Sie der Drache unter den Sternen Vielleicht sind Sie der Drache unter den Sternen Die Kälte weicht der Wärme Nett, aber habe ich da überhaupt einen Mangel? Nö, was? Ah, okay, das ist dein Schiff Ich dachte kurz, das wäre ein Pirat Deine Farbe sieht Fast rot auf aus der Karte Immer noch So Gibt es den denn hier auch gut? Jawohl Ganz schnell neue Häuser bauen Und jetzt will die Katze natürlich erst mal raus War ja klar Wer weiß, wohin der Weg dich führt Uh, mein Navigator will was Dein Navigator? Ja Eigentlich sollte meine Farbe blau sein Was ist das für die Transporte? Ich habe genug Geld, aber sinnvoll schon jetzt? Die Bilanz ist im Moment scheit... Und sie ist gerade scheißer geworden Dankeschön Okay 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 Das war seltsam Okay 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 und Foto abschicken. Warum wollen sie ein Foto von der Feuerwache? Wer weiß das schon? Eine Handelskammer. Moment. Ich habe doch irgendwo die Handelskammer. War das die Handelskammer? Ja. Was bringt das? Produktivität gesteigert. Aber da gibt es nichts, was gesteigert werden kann. Super. So viele Bauern? Ich habe doch gerade Sachen für die Bauern gemacht. Spielstand gesperrt. Ja, mir gehen die unteren Arbeitsschichten gerade auch langsam aus. Ich muss wieder welche aufsteigen lassen. als du nicht gut genug für sie sorgst. Ich sage wunderbar für die. Nur nicht jedes Luxusbedürfnis ist erfüllt. Bei mir lieben sie einen Sausenbraus. Muss man für Straßenunterhalt zahlen? Weißt du, was ist das gerade? Ähm. Ich glaube, Straßen kosten nur einmalig. Gut. Weil sie fältig auf jeden Fall. Ähm. Was? Nö, da steht nur Baukosten. Gut. 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 Ich modernisiere ein bisschen meine Straßen. Jawohl. Ich habe es geschafft. Äh. GZ? Nicht zu verwechseln mit GZ. GZ. ein paar Material fehlt. Oh Mann. Ich habe gerade die Musik von Ich trage ein Titel. Das war witzig. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Ja, aber woher nehmen wir nicht Stiel? Ja, aber woher nehmen wir nicht Stiel? Es wurde eine neue Insel entdeckt. Es wurde eine neue Insel entdeckt. Und bei dir läuft alles super? Ja, geht so. Ich bin gerade dabei, ähm. Die erste Expeditionsinsel einzurichten. Also in der Neuen Welt die erste Insel einzurichten. Okay, verstehe, verstehe. Ich bin gerade dabei. Wie kann es sein, dass... Ich habe doch eine neue Schweinefarbenhänge gepackt. Wie kann es sein, dass ich die ganze Zeit zu wenig Schwein habe? Hm... Weil mir leckst du gerade ein bisschen. Okay... Moment, geht es noch? Vielleicht weil er gespeichert wurde? Ja, wahrscheinlich. Hm. Hm... Ich muss überlegen, kräftig überlegen Ich muss auch noch kräftig überlegen Ja Und so kräftig, wie noch nie jemand gekräftigt hat Du vielleicht nicht Hm? Nein, du vielleicht nicht Frecher Haas Ist ja ein Frecher Von mir aus freigegeben Sieh an, der Idiot ist zurück Oh, Güte, ich habe sie für den Fotografen gehalten Oh Gott Von mir aus wird halt so veröffentlicht Keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? Es gibt ein bisschen Abzug, aber Was macht man nicht alles für die Pressefreiheit? Koordinaten gesetzt Okay, das ist mein Schiff Was macht der da drüben? Zeitung Gesellschaft siedelt in Tropen Triumphale Rückkehr Geringes Explosionsrisiko Veröffentlichen Es mangelt an Arbeitskraft Ja, ja, ja Death City ist da Gut, gut Moment, Moment Moment Ich kaufe das jetzt Ahnie Die網 surfaces Die geboren Die Der Gennst du Ähm Hm? Hm? Ach so, das so wie die minus wir brauchen einen marktplatz mein flagschiff fährt dann mal wieder zurück in die alte welt hier hole ich meine hoffentlich fertige fregatte jetzt in die neue welt ja die ist fertig sehr schön ich weiß nicht ob das vorhanden sein muss aber nach dem fahrt aber glaube ich eine kurze okay können wir machen mal wieder ja straßen kommen gleich zu wenig holz sich das noch erleben darf und 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 So, mal sehen. Okay, gut. So, davon gibt es genug. Das ist sehr schön. Das ist eigentlich mit einem Flaggschiff. Oh, der ist als Händler unterwegs. Wir sehen, wie meine Autos sind vorbeischüppern. Eine Ohlmute-Pappe? Okay. Ja, haha, ups, was passiert, hab nicht so aufs Geld geachtet. und jetzt bin ich im Minus. Bilanz oder? Beides. Oh, das ist ungünstig. Ja, aber es pendelt sich wie da ein. Das hört sich irgendwie nicht so an, als wärst du davon überzeugt. Die Bilanz geht langsam nach oben, ja, die steigt. Und jetzt wieder extrem ins Minus geraten. Was ist das? Neue Befehle? Sind unterwegs. Ne. Okay. Spielstand gespeichert. Ja, ja, ja. Wenn ich im Minus bin, kommt der Typ mit seinem Spielstand gespeichert. So, wie sieht's diplomatisch aus? Mhm. Mhm. Sag mir, wenn dir das alles zu viel wird. Voller Paar. Gut. Mhm. Mhm. Die Frage ist, warum steigt es nicht auf? meine Bilanz. Also, was ist so teuer? Der Unterhalt. Die königlichen Steuern. Mhm. Wir helfen, wo wir können. Ich kann die eine Aufgabe nicht erfüllen, weil ich zu wenig Schweine habe. Das ist momentan scheiße. noch siebeneinhalb Minuten. Da. Meine Bilanz geht nach oben. Wir machen nichts und auf einmal geht sie wieder nach unten. Was ist da los? Irrt. Hä? Irrt. Ich verstehe kein Wort. Das kann passieren. Achso. Das kann passieren. Achso. Okay. Was ist dieses Einfluss-Dings? Was kann ich damit machen? Einfluss benötigst du, wenn du dich sehr weit verbreiten willst, zum Beispiel. Oder Zeiten beeinflussen oder Kriegsschiffe bauen. Ja, aber ich meine das mit Propaganda, Handeln, Militär, Optimierung. Was nochmal? Wenn du bei Einfluss drauf klickst, kommst du ja ins Einflussfenster und dort gibt es Propaganda, Handeln, Militär, Optimierung, Kultur. Genau. Und je nachdem, wofür du Einfluss eingesetzt hast, kriegst du da Punkte. Und für diese Punkte kannst du dann weitere Vorzüge freischalten. quasi. Wenn du zum Beispiel sehr viel expandierst, kriegst du zusätzlich Arbeitskraft ein bisschen auf jeder Insel. Okay. Wenn du viel Propaganda machst, dann werden die Propaganda-Artikel stärker. Also je nachdem, was du machst, da wirst du besser drin. Okay. Nach fünf Minuten. Auf der Strecke her sollte es gehen, aber... ... ... ... ... ... ... Noch zwei. Okay, zwei. Snell, 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 Snell. Beheilung, Beheilung. Flotte legt ab. Was? Nein. Hier rüber, die Flotte hier hin. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Oh ja. Was ist denn wegen Flott? Handelsflott oder was? Diese zwei Schoner da? Was? Der Volke ist bereit. Einer ist in Kanonenboot. Zur Stelle. Schoner steht bereit. Bruder übernehmen. So, kann ich so die Quest abgeben oder... ...was muss ich machen, um die Quest abzugeben? Steuermann! Wie gebe ich die Quest ab? Ja, meistens muss ich irgendwo hinfahren. Nichts über Bord geworfen. Das ist kein Treibgut. Ja, ich bin da. Ich habe die 12 Schweine, so wie sie wollte. Also ich habe sogar 14. Sind unterwegs. Zustand gespeichert. Ich habe extra die Schweine besorgt und jetzt... Ich bin da verdammt. Ich weiß ja nicht, was deine Quest aussagt. Also... Ich soll 12 Schweine bringen. Und jetzt gilt die Quest als nicht abgeschlossen, oder? Laufen, Koordinat, Mann. Ah, von mir aus. Handelsrecht. Ja, ich versuche ja vielleicht mal nett. Ja, aber was bringt das? Wir können mal miteinander handeln. Also du kannst bei meinem Karten zur Sache einkaufen, nicht bei deinem, was du halt anbietest. Okay. Oder wenn du halt was auf Kaufen eingestellt hast, kann ich dir da was verkaufen bei deinem. Okay. Okay. Oh, ich sehe schon, wir haben 37 Minuten. Ja, Jan. Würde ich sagen, das war es für diese Folge. Also liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.